Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute geht es darum, wie ihr ein SSL-Zertifikat generieren und durch einen Free-Epa-Server signieren lassen könnt, um das Ganze in dem Free-Radius-Plugin von OpenSense zu benutzen. Ja, das wird der ultimative Knaller, was die Quote angeht. Ich glaube, das guckt wieder kein Mensch. Aber ist ja auch egal. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen. Ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und OpenSource zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Ja, jetzt noch mal ein bisschen genauer, worum es dabei geht. Wenn man jetzt ein SSL-Zertifikat benötigt für Systeme, wo man den Free-IPA-Client nicht installieren kann, dann wird es so ein bisschen knifflig. Man kann mit diesem Free-IPA-Client eben Systeme, also Ubuntu und Linux Mint und Debian und so weiter sehr gut mit einem Free-IPA-Server verbinden, sodass man die Benutzer, die auf dem Free-IPA-Server angelegt sind, auch auf dem Zielsystem verwenden kann. Man kann da zum Beispiel auch Zertifikate hinterlegen und sehr, sehr viel noch mehr. Ja, wenn man jetzt ein System hat, was man so ein bisschen mit Free-IPA verbinden möchte, das aber nicht unterstützt wird, wie zum Beispiel OpenSense. Das basiert auf FreeBSD und dennoch möchte, dass diese Firewall-Distribution OpenSense in Free-IPA auftaucht. Jedenfalls, dass da die IP-Adresse drin steht unter Hostname, sodass andere Systeme eben über DNS diese Firewall auflösen können und man vielleicht auch noch ein SSL-Zertifikat haben möchte, dann wird es so ein bisschen komplizierter, weil man eben den Free-IPA-Client nicht installieren kann. Ansonsten wäre es halt deutlich einfacher. Wenn man jetzt in OpenSense das Free-Radius verwenden möchte, muss man erstmal ein Plugin installieren, denn OpenSense ist letztendlich ja quasi so eine Art Distribution eben bloß für den Zweck einer Firewall. Und Dinge sind da schon mit dabei und das Free-Radius-Plugin müsst ihr dazu installieren. Damit das auch funktioniert, muss man auch dem Free-Radius so ein Zertifikat der Zertifizierungsstelle übergeben. Das ist die Certificate Authority. Also das ist sowas wie Let's Encrypt zum Beispiel oder einer von diesen ganzen diversen kommerziellen Anbietern, wo ihr ein SSL-Zertifikat kaufen könnt. Und das zum Beispiel ist eine Zertifizierungsstelle, aber der Free-IPA-Server, der kann eben auch Zertifizierungsstelle spielen. Und wenn man jetzt eben den Free-IPA-Client auf dem Zielsystem installiert hat, was hier ja nun nicht geht, dann ist der Free-IPA-Server eben auch gleichzeitig noch Zertifizierungsstelle für Zertifikate. Aber da das eben nicht automatisch geschieht, müssen wir irgendwie dieses Zertifikat da rauskriegen. Das ist relativ einfach gemacht. Dann brauchen wir eben auch noch für unsere OpenSense, für die Maschine, brauchen wir ein SSL-Zertifikat, was durch den Free-IPA-Server auch beglaubigt ist. Also wir haben ein SSL-Zertifikat hinterher, so ein Client-Zertifikat oder Host-Zertifikat, je nachdem wie man sieht. Und auch einen privaten Schlüssel brauchen wir auch dazu. Der Free-IPA-Server ist unsere SSL-Zertifizierungsstelle und gleichzeitig generieren wir auf dem Free-IPA-Server eben auch ein neues SSL-Zertifikat inklusive privaten Schlüssel für die OpenSense oder für andere Systeme, die das quasi so nicht können. Und hinterher haben wir eben den privaten Schlüssel hier, das SSL-Zertifikat für unser Zielsystem und das Zertifikat der Zertifizierungsstelle. Das sind quasi drei Dateien und die müssen wir alle auf die OpenSense nachher draufbringen. Zudem wollen wir auch die OpenSense ins DNS bei Free-IPA mit reinbringen und auch noch so einen Host-Eintrag vornehmen, sodass man zum Beispiel ein Kerberos Principle hat. Das braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man jetzt auch noch den Free-IPA-Server nehmen möchte, um dort die LDAP-Informationen, wo Benutzer und Gruppen drinsteht, um das Ganze in OpenSense zu benutzen, dann braucht man auch diese Einträge und braucht man auch noch Rechte-Management und was weiß ich alles. Dann als erstes Aktionen, die auf dem Free-IPA-Server durchgeführt werden. Dazu habe ich ein Skript gebaut, da gucken wir auch noch genau rein, was das macht, aber erst mal so als Überblick, was es nun so tut. Als erstes wird ein DNS-Eintrag angelegt in dem Free-IPA, das landet eben in dem DNS-Server, der draufläuft. Und alle Systeme, die Free-IPA eben auch als DNS-Server eingetragen haben, die sehen dann sofort, dass eben dieser OpenSense-Server sich durch OpenSense.local irgendwas auflösen lässt. Genauso wie der Host-Eintrag, da wird dann auch nochmal der OpenSense oder eine andere Maschine, die ihr damit verwalten wollt, eben auch mit eingetragen. Und der private Schlüssel und die Signierungsanfrage wird direkt auf dem Free-IPA-Server erstellt. Das macht man normalerweise anders. Normalerweise macht man eben den Teil, eben weil es ein privater Schlüssel ist und diese Signierungsanfrage auf dem Zielsystem. Da wir das jetzt so ein bisschen anders haben bei dem OpenSense, habe ich das hier so gemacht, lässt sich bestimmt auch anders machen. Aber insofern hat man ein Skript, wo das Ganze nachher rausfällt. Ich habe hinterher eben drei Dateien, die ich halt sofort in OpenSense oder woanders eintragen kann. Diese Signierungsanfrage, so ein Certificate Sign Request, den erstellt man normalerweise, nachdem man sich so ein eigenes, ja quasi vorläufiges Zertifikat auf dem eigenen System ausgewürfelt hat und übergibt dann diese Signierungsanfrage an so eine Zertifizierungsstelle. Ja, das kann eben so ein kommerzieller Anbieter sein, der ist für mich halt signiert. Das Ganze beglaubigt, sodass das signierte Zertifikat hinterher eben auch von anderen akzeptiert wird. Und diese Signierungsanfrage, die verlässt in diesem Fall hier den FreeIPA-Server nicht, sondern wird auch gleich durch FreeIPA signiert, bearbeitet und dann ist das gut. Und hinterher wird dieses signierte, beglaubigte Zertifikat eben auch gespeichert. So ein Aufruf, der könnte zum Beispiel so aussehen, also Name des Skriptes, wie heißt die Maschine und wie ist die IP-Adresse von der Maschine. Mehr braucht man da nicht. Hinterher fallen eben diese drei Dateien raus, die wir brauchen. Einmal das Zertifikat der Zertifizierungsstelle, beziehungsweise es liegt eben auf dem FreeIPA-Server direkt schon vor. Das liegt auch auf allen Systemen, die über den FreeIPA-Client verbunden wurden, eben auch mit drauf unter dem Verzeichnis hier. Und das hier ist eben, was generiert wurde. Ich habe da so ein extra Verzeichnis Client-Serts gemacht und dort wird für den jeweiligen Client unter dem Namen Client minus, also das bleibt immer gleich, dann kommt eben der Name von dem System, was ich hier habe. Da einmal der private Schlüssel mit .key und das signierte Zertifikat mit .cert. So schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Als erstes überprüfe ich hier, ob die Parameteranzahl, die ich an dieses Skript übergeben habe, auch exakt 2 ist. Wenn das nicht 2 ist, gibt es hier eben diesen Hilfetext, dass ich eben den Client-Namen, Freifeld, IP-Adresse eingeben muss. Dann legen wir hier fest, welche Kodierung verwendet werden soll, damit dieses IPA-Programm auch funktioniert. Alles andere, was jetzt nicht UTF-8 ist, das wird als Fehler angesehen. Und dann kommen wir insofern auch nicht weiter. Damit wir das IPA-Programm benutzen können, da brauchen wir ein Kerberos-Ticket für den Benutzer Admin zum Beispiel oder für einen anderen Benutzer, der in FreeIPA angelegt ist, der administrative Aufgaben durchführen kann. Dann nehme ich jetzt hier diese Parameter, die auf der Kommando-Zeile übergeben wurden. Also der erste Parameter ist eben der Client-Name. Speichere ich mir hier ab in so einer zusätzlichen Variable, damit ich den leichter wiedererkenne. Und genau dasselbe mache ich mit der IP-Adresse. Das ist der zweite Parameter. Dieses Bulk-Passwort, das braucht man eigentlich bloß, wenn man den IPA-Client-Install, also den Client auf einem Zielsystem installieren möchte. Das ist das Passwort, worüber so eine Authentifizierung läuft, damit die beiden sich richtig verbinden können. Das brauchen wir insofern hier der Form halber schon, aber es wird nicht verwendet. Darum ist es eben auch rein zufällig und wird nicht irgendwo abgespeichert, weil wir es hinterher nicht mehr brauchen. Dann lese ich aus dem FreeIPA-Server den Domain-Namen raus. Den brauchen wir auch nachher. Genauso wie das Kerberos Realm. Das brauchen wir ebenfalls. Dann hier in der Variable steht drin, in welchem Verzeichnis diese Client-Zertifikate gespeichert werden sollen. Und da haben wir noch weitere Dateinamen, die hier in einzelnen Variablen einfach schon mal vorgeneriert werden, eben für den privaten Schlüssel, für das Zertifikat und für die Signierungsanfrage. So, auf magische Weise sind jetzt ein paar Zeilen verschwunden, weil da war noch was drin, was ich vom alten Test hatte. Das brauchen wir hier jetzt nicht mehr. Dann wähle ich noch eine Variable aus, in der der Fully Qualified Domain Name des Clients gespeichert wird. Der setzt sich eben aus dem Post-Namen des Clients zusammen und eben dem Domain-Namen von meinem FreeIPA-Server. Die beiden müssen natürlich selbst im selben Domain-Verbund drin sein, sonst klappt das nicht. Sonst klappt das auch mit der Zertifizierung und sonst was alles nicht. Dann berechne ich auch noch den Kerberos-Principle des Clients. Ich möchte ein Post-Principle haben. Der setzt sich zusammen aus dem kompletten Namen des Clients inklusive Domain und dann Add und dann kommt dieses Kerberos-Realm hinten dran. Das brauchen wir auch noch. Und nachdem wir jetzt diese ganzen Informationen zusammengesammelt und zusammengestopft haben, wenden wir die jetzt auch an. Wir generieren als erstes einen DNS-Eintrag für den Client und über IPA-DNS-Record-Add, wie die Domain heißt, wie der Client heißt und die IP-Adresse. Dann machen wir jetzt den Host-Eintrag. Da tragen wir das eben auch nochmal ein, wie der Fully Qualified Domain Name ist plus dieses Passwort. Und dann modifizieren wir diesen Host-Eintrag nochmal, indem wir dieses Kerberos-Principle hinten dran kleben. Ansonsten funktioniert das an einer weiteren Stelle nicht. Also dieser Kerberos-Host-Alias, der wird hier nicht automatisch generiert. Den müssen wir halt selbst uns zusammenstoppeln aus diesen Informationen und hier nochmal zu diesem Host-Eintrag hinzufügen. Sonst klappt das nicht. Dann einmal gucken hier, ob das klappt, dass dieses Verzeichnis für die Client-Zertifikate schon angelegt ist. Wenn nicht, halt neu erstellen. Und dann verwenden wir jetzt OpenSSL, um einen privaten Schlüssel plus die Signierungsanfrage zu erstellen. Und jetzt mit diesen ganzen einzelnen Parametern hier, wir möchten einen Zertifizierungs-Request machen und einen neuen Schlüssel anlegen, der eben 8192 Bit hat, der RSA ist. Den privaten Schlüssel schreiben wir nach hier und unsere Signierungsanfrage schreiben wir in die Datei. Dann für wen das Ganze noch ausgestellt wird, da haben wir jetzt quasi diese LDAP-Schreibweise mit Common Name und Organisation. Und Common Name ist eben unser fully qualified Domain Name und Organisation ist dieses Kerberos-Realm. Das muss man so machen. Was der Parameter heißt, weiß ich jetzt nicht so. Falls euch das interessiert, was OpenSSL genau macht, da gibt es bestimmt super tolle Videos zu oder Dokumentation und sonst was. Jetzt habe ich ja meine Signierungsanfrage und die kann ich jetzt an IPA Search Request übergeben und dann wird die hier, also das ist eben die Anfrage und dann wird mir hinterher mein signiertes Zertifikat in diese Datei geschrieben und dabei muss ich eben auch noch mein Principle von oben angeben, damit FreeIPA das Ganze wiederfindet und dieses Add hier, da wird auch noch irgendwas zusätzlich eingetragen in diesem Post-Eintrag. Sinn der ganzen Übung ist, dass ich hinterher meinen privaten Schlüssel habe, ich habe mein Zertifikat, die Signierungsanfrage, die brauche ich nicht, habe ich bloß jetzt der Vollständigkeit halber ja nochmal aufgelistet und habe ich hinterher diese zwei Dateien plus die CA-Datei von dem FreeIPA und dann kann ich damit zu meinem OpenSense und dem FreeRadius gehen. So, nachdem wir jetzt alle Dateien zusammen haben, können wir uns jetzt dem OpenSense zuwenden. Da habe ich mir so einen Spichzettel gemacht, wie man das Ganze installiert mit dem Plugin, wo man jetzt diese einzelnen Zertifikate unterbringt. Das muss man an verschiedenen Stellen erstmal hinterlegen, damit man es hier benutzen kann. So, gucken wir uns das jetzt einmal in echt an. Ich habe dazu eine andere virtuelle Maschine, also nicht meine Präsentationsmaschine, sondern eine andere dieses Mal und dort kann ich mich mit der OpenSense verbinden. Hoffe ich jedenfalls. Ah ja. Genau. Jetzt bin ich auf dieser OpenSense drauf. Die läuft in der Virtualisierung, ist aber insofern kein Problem. Und jetzt muss ich erstmal das Plugin installieren und dann muss ich mir nochmal meinen Spickzettel aufmachen. System, 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 Firmware, Plugins und jetzt habe ich auch meine Liste hier und jetzt möchte ich wirklich Free Radius haben und mal gucken. jetzt lädt es eben auch die Pakete runter und richte das glaube ich oder hoffe ich mal auch gleich mit ein. dann einmal hier mit F5 die Seite neu laden und jetzt soll unter Services Free Radius auftauchen. sehr schön. Aber kümmern wir uns erstmal um die Zertifikate, das ist System und Trust Authorities und da tragen wir jetzt eben unsere Zertifizierungsstellen ein. Warte, Moment. Warte, Moment. Da hat der Zertifizierungsstelle in die Zwischenablage kopiert. Ich möchte nicht, dass ihr das sehen könnt, also mache ich das Feld da ganz klein und sage jetzt einmal Save. Und dann habe ich das hier einmal drin und dann gehe ich hier zu Certificates und da mache ich genau so was. Da gehe ich auch nochmal auf Plus. Da gebe ich jetzt hier den Namen OpenSense ein. und da muss ich jetzt eben gleich auch wieder Dinge kopieren. Das kopiere ich einmal in die Zwischenablage. Also einmal den Inhalt von dem Zertifikat für mein Host System und einmal den privaten Schlüssel dafür. So, jetzt habe ich die Sachen hier rein kopiert und dass ihr es sehen könnt. Sache auch wiederum Save. Und jetzt habe ich es eben auch in meiner Liste hier drin. Nachdem ich das gemacht habe, gehe ich jetzt zu Services Re-Radius und zu dem EAP. Dort kann ich eben vorgeben, wie diese Kommunikation abgesichert werden soll. Und da kann ich jetzt sagen, hier Root-Zertifikat, also meine Zertifizierungsstelle, die ich eingerichtet habe und auch das Server-Zertifikat. Genau. Die stelle ich da jetzt ein und dann kann ich das Ganze speichern. Und wenn ich hier die richtigen Werte für Dings und Bums habe, dann kann ich da auch Authentifizierung über Freeradius mit Endgeräten machen und so weiter und so fort. Ja. 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 Ja, das war es denn auch für dieses Mal. Relativ speziell kommt aus dem Kundenprojekt, wo wir exakt sowas gebraucht haben. Hat wiederum einige Zeit gebraucht, das zu ja, suchen, auszuprobieren und wieder zu suchen, anzupassen und so weiter und so fort. Ja. Macht es nach, macht es nicht nach. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020